Geil und Geil. Und natürlich schreibt er dort, dass das ist gewesen, Jutes Kistler, den Tag von der Uhrzeit von Merenu, von dem Rava Maggit, und dass er gewann bescheuert hat, gesagt, die Kapitel Thilium von Poderle Scholem Nafschi. Und er hat mit ihm geschrieben, Daffke M, weil er, sie ist eine gewesen, der alte Rebbe, mit dem Baditschewer, sie ist eine gewesen, ausgebundene Seher-Nont, bemeschech alle Jörg, ohne die Funvenze, eben gelernt zusammen, bei dem es Ritsch und Maggit, gelernt zusammen, sein Niggler und sein Chziddes. Und er sieht, alle Jörg, bis die letzte Tag von der Istalkes, fahrt die Istalkes. Lohm wir anheben, besser von Sof. Und der Lebi Hitzch, Baditschewer, ist ein Istalkes geworden, auf Hei, Tischrei, Tof, Kuf, Ein. Und er hat drei Jörg, fahrt die Malten, Reben. Und bemeschech jenen Winter, hat der alte Rebbe gefordert, im Fungladie, bis Baditschew, sie ganz weit am Hallach, menachem Ovel seien die Mischproche. Er gefordert, jemult, auf nocha Sibbe, itis, auf kleiden, ma amagbis, miyuchedes, fahrt die, was die Mämschäle hatte, rutschgetrieben von den Dörfern. Der, echt klar, bis jemult, ist gewesen, ein größer Teil von den Iden, am geliebt in den Dörfern, wo sie gewesen, pritzen, mit der Sache Arbeiter, was haben gearbeitet, fahrt die Pritzen. Die Mämschäle hat mir gesagt, das ist nicht gut, was mir verkifft, Maschäle zu den Gäumen, und der Pfarrer haben sie gemacht, dass die Iden sollen nicht leben mehr in die Dörfer. Wie haben sie das getan? Haben sie gekommen mit Maschinen in jedem Dorf, zugenommen allen Iden, die ganzen Mischproches, und bekehrt, hatten sie zugenommen von dort, und haben sie weggeführt in die Gräserstädte, und gelöst in die Gräserstädte, inmitten in den Gass, und sollen die Iden von der Gräserstädte, rachmannus, haben auf sie. Auf sie, mittelmal, sind sie geblieben, tüsenter, tüsenter Iden, ohne kein Schumpannusse, ohne kein Schumheiser, ohne kein Schumessen, inmitten in der Gräserstädte. Und der alte Rebbe gefordert, machen sie am Magd, bis auf die Hälfte, die Iden. Aber hier ist er gekommen, und Pfarr Pesach ist er gewesen, Baditschow, und um die Rebbezen von den Baditschowher gesagt, wer wird, alle Jör, ist der Baditschowher, hat ungefähr den Seder am Pesach, wer wird es umführen, heint. Und der alte Rebbe gesagt, ich will es allein umführen, ich will bleiben, Doro, auf ganz Pesach, in Baditschow, um auf Seder getrun. In dem Maimorium von dem alten Rebbe, seine Veraner, um acht Maimorium, was sie verschrieben haben, sie hat sie gesagt, in Baditschow, Pesach, Tovkuf, ein. Geblieben, geblieben, geblieben mit dem in Ladim, mit dem Mittelerreben. Das ist ein besonderer Paar, was dort in Jona feiert, mit dem ganzen Verbrenntjimmel, der gesagt, kritisch von Tanja und von Schulkernor, aber nicht wegen dem reden wir reint. Beim Mäscher dem Pesach ist gekommen zu dem alten Rebbe, einer von den Rabbonien von Baditschow, und erzählt er meiste, als Fahre des Talkes von den Baditschowher, die gekommen zu dem Ascheile mit der Sirche, der Sirche auf der Behemme, was mit gekennter Robkrebsen sind nicht gewes, der Stark zugezäppet, und sind gewonnen Ascheile zu dem Behemme, als der Baditschowher betrachtet, und gesagt, dass er koscher ist. Und der Rob, was der Mäscher guckt, das ist nicht richtig im Pesach. Oder ich komme zu dem alten Rebbe, und erzähle die Pesche, und sagen, dass er gepasst hat, in die letzte Gefahr des Talkes. Und dem der alte Rebbe geämpft wird, als der Baditschowher hat richtig gepasst, und der Baditschowher hat richtig gepasst, und dann kommt Erscher guckt, also wenn die Kirche, das ist ein guter Ort mit der Einwohner, bin ich meine, dass er gesagt hat, und dann kommen die Erscher, und dann kommen die Erscher, und dann kommen die Erscher. der Zahra auf der Kirche, der Kirche, Baditschew, bei Röhr, Leheter, Bezircho, Shehobro, und Nittkum, Meureia. Jänner, Röhr, hat sich nicht begonnen mit dem, die Zerweigen, Hain, und Nong-Geschen, mit Tchube, und Sermas, beruht, der Pszak, die Giväzen, und bei dieser Liedtiedes, nicht gewonnen, Kriktik, der Pszak. Die Tshuwe ist erinkommen zu dem alten Reben, zu wischen noch Pessach, wenn er zackmammisch die Klieben vor und zu rickaheim. Und er gehört von Numen mit den letzten Brotten von dem Magbis. Aber er hat nicht gehabt in Zeit zu erinnern bei Ksav, die Tshuwe, was man da vorhin auf dem Yeshuvah daß. Aber er gewollt, gleich wenn er hat Kumenaheim, vertreiben die Tshuwe, Masber sein, und er sei der Psaak von Reben Levin Baditschever, ist richtig. Er hat sich Kumenaheim, hat er gesucht die Tshuwe, was jener Ruvetem geschrieben, und hat es nicht gefunden, bis er hat sie geschafft, also hat es vergessen, in Baditschever. Hat er gleich geschrieben, mal Brief zu Baditschever, müssen wir gleich schicken jener Tshuwe, oder darf es gleich rücken, kd. es noch keinen Einferen haben. Durch an die paar Woche, die Tshuwe ist nicht da inkommen, und er hat er immer beschlossen, Einferen, von was er gelingt, bei Alper, was jener Ruvetem, gishrim. Und hier hat er, Tshuwe schreibt er, asigyanne, glüi le-joder, vat eres, be-Baditschever, be-Iyessi, eimed alperik, anessia, le-baisi, bo-Iyessi, torud, ma-ed, binnyone ha-kla'al, asem mirache. Binnyone ha-kla'al, was jener Ruvetem, fabundum, midemag, beskidididim, was jener Ruvetem, zener Ruvetem, zener Ruvetem, asem mirache, imbyen fanum, midem, chiamat, nisikent, amferm. Ube-Iyel le-baisi, aliyon te-va-hova, harikum, tsurik, fars, vues, kipasti, vile-motsos, si dibrivas al-gishri, yikro, kishokhakti, eisa, be-Baditschever, me-gayad, latir-do, ve-kosafeti, lishom, la-shivu, eile, mizlom, mag-la-e-chik, ve-tsipisim, yit-shubos, en kame, ve-kame, shavuos, yomim, ve-ein, e-ne, zin-ulse, jen- parameters, de kam, dge Chiuwe, v-oom matrimon, u-ne, man konervesen, noch amal sparen, sah, als niit ahoj, si niit tois gehalten. Onin komma, zim alta Reb, di zweiti Chiuwe, ozo demonuz, de valta Reb ahoj, gesetz, so schreiber, be-frodtius, ba-richas, de Chiuwe, b-chayra. Di Chiuwe, is graad, di Doktsuko Trago, was sie geblieben, und sie gedruckte Zillum Ksaviyad Kedesh in den Schulchanor. Nordisch alles, die Zillum Ksaviyad Kedesh. Und dort ist ein Masbe Bariches, und er sagt, dass sie retzelt nicht wegen der Psaak von dem Rebleivitz, dem Barditscher. Das Retzelt wegen der Psaak von dem Masritscher Magit. Auf Punkt, dass er Scheile ist gewesen bei uns, ich mit ihm, haben gelernt bei Magit. Er beschert die Scheile, sie kommen zu ihm, seine Meregein zu Magit, fragen, was wird denn mit dem Scheile? Oder Magit ist mit ihnen gewesen und gesagt, das ist Koscher. Und er hat gebracht eine Reihe von der Gemorre. Und das geht weg die ganze Ariches. Und er schreibt in die Frage, was er im Masbeer, wo es der Magit. Und er hat gebracht eine Reihe von der Gemorre. Und er hat dann eine Reihe von der Gemorre. und erwähnt sich das levar, nicht mal realidad, anz powiedzieć, mit den Pro� dienen, also mit seinem Studium der Freude, mit demTHUNE Monat, aber von dort ent claseppelt der Kommand míst du freie, das ist leveling 1よiges K zucchoos. Und mehr als 40 Jahre später, heißt dir, implANC, dass wir den Cenbe in der Kommandос gehingANS lang eine cosaquente St время haben ja wie eine kand 눈elab 정부 bekommen will, wenn der Kommandos wird die offense gut sein soll. Was uns in der Gehe von dem ist, zu sehen, dass nicht nur, was sie haben gelernt, zusammen bei Maggit Chesides, noch sie haben gelernt, zusammen bei der Halloha Eichet, und die Scheide, die sie hohen, kommen zu Maggit, und der Maggit, die sie maßbar sein und bringen Reis von Gemorres, und dort sie gewessen sehen, lernen nicht gleich gut von dem, was sie haben gelernt bei der Maggit. Hatke die Kach, als der B'shaz da Maggit hat gesehen, auf wie stark der Hallte Rebbe ist, in stark in der Halloha, auf einander bleiben in der Halloha, von Kaplazirte Amikeyres, und kommen zur Maschone, hat er am Jemol geheißen, als er soll schreiben, weil er hat gesagt, dass es sehr wichtig ist, und du bist der, also bist du schaiches auf schreibe mazah Chibur. Und du bist in der Gehe von der Mechabe, der Zeilen in der Halloha. Der Maggit ist nicht nur, was er hat geämpft, die Scheide zu den Talmidin, und er hat geäßend, am alten Reben schreibe ma Chibur, sondern er hat geäßend, am Jemol, der Zeilen in der Halloha und in der Halloha in der Halloha, in der Halloha, die Halloha, die Halloha, die Halloha, die Halloha, die Halloha, die Halloha. cis oldu, was er ist ますcht, und er so macht, wenn sie um die Hallohaías, Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Von diesen Sachen ist nicht die Sache bekannt, weil heute der Mesritsche Magid hat er gekocht in der Lochel und Meisse. Und die Scheide, die der Blei, die von der alten Rebbe haben gehabt hat, hat er sehr Peser sein und vielleicht sehr Masber sein, die im Kehres auf dem Lochel von Gemorres, fand es, dass sie nicht gewesen, der Ikerinje, was sie in Geform zu Magid. Die Ikerinje, was sie in Geform zu Magid, war auf Lernoxides. Und auf Lernoxides haben sie, ich habe zusammen gelernt bei dem Mesritsche Magid. Hat die Kach, hat die Scheiße gewesen, die späteren Jahre, die Scheiße gewesen, der Pirut von dem Kadis gegen den alten Reben. Was er geteilt hat, dass dem alten Reben die Geschichte vollzeitlich beinahe ich dir, dass jeder Reiner darf allein lernen und verstehen, dass es nicht die Geschichte von dem Mesritsche Magid. Und er hat Degel gewesen, er dachte ich, ich zeig, wenn ich bin, wenn ich sie in Geform. Und er ist bei Ikerinje gebucht, auf dem, was er zeig macht, Prevat Meifsin. Und mit dem nimmt er ein, den Volk. Und er hat geschrieben, hier mal der Kalitschke, ein Brief zu Etlache. Und ich hatte zu Rebleib, ich hatte mit dem Deutschen geschrieben, für was bei ihm guckt, dass die Geschichte ist nicht die richtige Geschichte. Und er schreibt, dass sie nicht die Geschichte, was wir haben gelernt beim Magid. Er hat den Baditschere, er schreibt, er hat den Brief, Adarabe, Adarabe, ich weiß nicht, wie es sind, du kennst das Schreiben. Und er schreibt, er schreibt, er hat den Brief, dass sie nicht die Geschichte, was wir lernen lernen können 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 können. Das war's. Und wir erinnern, dass ich das für eine Zeit in den Augenhöhe, dass immer das die Zeit von dem Herrn, der Herr von der Zeug, der Herr, der Herr von der Zeug in unserer Geigerung, dass er noch nicht mehr Zeit ist, und er wird auch ein bisschen mehr Zeit verletzt, nachdem auch nicht mehr Zeit ist. Wir haben dieses Gebet, dass wir das hier, in dem Berditschewer von der Maltner Reben haben zusammen gelernt bei Magid, die Schitte von Chzides, wie er sei, sie darf sein, nicht durch Mädchen oder Riker, als jeder Redner soll lernen und verstehen, die Lieblut von Chzides. Also haben sie gelernt zusammen bei einem Mesritsch und Magid, gleich von den ersten Jahren. Und also sind sie gestanden bei Keschab, Meshach, alle Jahren, sei in Chzides und sei in Igle. Mehrzans von dem alten Reben, die Schuwe, seien verloren gewonnen oder verbrannt gewonnen, in die Größe Sreife und im Feier Romant. Das ist verbrannt der Schlucho Norruch mit dem Tanya, der Ksaret Kedisch. Aber zwischen den zehnlichen Schuwe, die 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 Schuwe, wird geschrieben zu dem Baditschewa. Der Baditschewa wird geschrieben zu dem alten Redmarschail, Inagunis. Mit der Klau weiß man, dass es immer verliert sich. Und später gefällt man ein Gestorbenen. Und wenn man auf einem Semenmovek weiß man, dass es eher gestorben ist, und es ist Mater die Weib. Vorher sagt er, wie bei einem Semenmovek ist, dass es nicht in den Semenmovek ist. Das heißt, wie bei einem Semenmovek ist, dass es immer mehr Semenmovek ist. Aber es gibt ja auch solche Semenmovek, die nicht in den Schuwe, die nicht in den Klau dazu sind. Und die Scheibe sind da sehr viele Semenmovek. als es loben, als er wieder dienen, als er wie ein Zimmer muwek, und es loben Matr sein auf dem, die Freu. Schreibt der Barditschewer zu dem alten Reben, als der Ewenhoeser, schreibt in der Tschuwe, als mir kein Metzarev sein, und mir kein Matr sein, die Freu, und er bringt Reyes von dem Gemorris. Schreibt der Barditschewer zu dem alten Reben, als er bringt Akiraies, und bei der Reyes kommen Opferen. Und der alte Rebe schreibt dem, an wo Sonnusei Tarbeini, der Zarfeini, wie es nimmene, als er mitzvohra, wo hatoros agonu, ha-gamas, verrizazai, greyesvi du, obberdein animes, oder besmir mitzarev, gevezd, nevzupruv, matr sein, die Agone. Was ist der Fall? Das sagt, Da sieht man, wie stark sie haben gekocht sich in der Meise, in der Maschach aller Jungen. Und bei Nasef zu dem, was sie haben gekocht, in Limodachsides und die Schitte von Chsides. Der Meise ist noch so alt, dass ich mich empfehle, als der Mischass, der der alte Rebbe, ausgelegt wurde. Von Fisse ist die erste Sache, die es gewesen ist, schicken zu ihm die Jede und die Pseue mit ihm ausgelegt. Und das hat sich nicht angeheben von Jemold. Das ist die erste Sache, was er hat getan, hat er geschickt spezielle Schläge zur Levitischen Berditsche, zu erzählen von den Arrestierten. und er schicken ihm ein Pidier Nefes, er soll mit Palos ein verhören, und er muss das Lesen von dort. Der Zeltze ist ein Bezrebe und andere Bekerze. Aber sie kamen zu dem Baditschever und waren im Wehnen mit Palo und später fragten sie ihm, was ist ein Mames-Nome. Weil er will mit Palo sein Batman, er braucht ein Batman mit dem Mames-Nome. Und er sagte, dass er gedenkt nicht mit dem Mames-Nome. Aber in der Baditschever-Genumman-Achumisch, bei Eishis, geäffend, und er hat nicht gebeten, dass es ein Schwer in Mitzrohien gibt. Und er sagte, dass Schwer meint der Röschetei und zwei Arben-Rivke. In diesem Fall waren wir zwei Arben-Rivke. Die zwei Arben-Rivke waren in der Röschung, und in diesem Fall waren wir in der Röschung, und in der Röschung waren wir in der Röschung, und in der Röschung haben wir in der Röschung gebrochen, und wir haben in der Röschung, dass er eines schenkt, so ein solches Bröschung mit dem Mames-Nome. Und er kamen wirklich zu Hause und die Röschung haben wir in der Röschung, auf der wir in der Röschung gesehen haben wir in der Röschung, noch ein größerer Kscher, mit dem, was sie haben sich mit Fwindigkeiten gebracht. Zwei Einigler vom Baditschever, haben wir das genommen gehabt, mit einem Töchter von der Mittleren. Und die erste ist gewesen, die bewusste Gräse Hassene, was sie gewesen in Zlobin. Wo sie bei Zlobin nicht in Ladi und nicht in Barditschew, nur er geht in Zlobin. Zlobin ist gewesen auf dem Weg zwischen Barditschew mit Ladi, der gewesen in Weißrussland, Barditschew der gewesen in Ukraine. Zwischen sie ist Gora Gräse Mahalach. Die Sieden waren da in Form von Danta hin, das zu erweitert Mahalach. Im Mittenweg, in Frankreich steht, was ist Zlobin. Und dort machten sie was, machen die Hassene. Beim Mähler haben keine Zeit, die kommen von Barditschew und Zeit, die von Reichsrussland, von Ladi, kommen ein Zlob zu sein, nicht der Saar Gräse Mahalach. Und so ein kommen auf die Hassene, duzenter, duzenter Chesedisch. Und der alte Rebbe hat gesagt, mein Morim, es war einer von den Chesedien, der sie hat verschrieben, versichert, noch einer von der Meimer. Von einer von der Meimer hat der alte Rebbe gesagt. Später, und der Meimer hat auch gedruckt in seinem Zeifer, was heißt Haarefrei. Und in dem Käfer von der Meimer schreibt er, als der Meimer ist die Dreh, was jetzt in Mepiva Kodich, der Makhelitz, sie ist kapzu, wo aus Mikola, Mekames, alfer Chesedien, in dem Einche im Maise, in der Meimer. Du isen, der Chesedien, seinen Oinkum von allen Plätzen zu sein dort und und im Geherz zusammen dem Meimer. Kibneiödom, sie ist kapzu, wo aus Liris bemesmutei Chosnen der Kallo, heute ist die Mahkassone, der Irschlobe. Das war die Mahkassone, die Mahkassone. Und wie sie steht auf die Kappel von den Memorien, die Mahkassone war noch ein Schwoes, ein Tofkuf, Samachzay. Ein halbes Jahr später war noch Mahkassone von der Einikkel, von der Varditschewer mit der Tochter von dem Mittleren. Und dort steht in einer von den Memorien, der Zemachzaydeck, schreibt er in Kappel, als der Memor ist gesorgt geworden bei Hasunah, Cheiref Tofkuf Samachez, Gisi Raz. Gisi Raz meint der Zemachzaydeck mit der Tochter von Mittleren. Und in der Zemachzaydeck, in der Zemachzaydeck, was er gewann als Sohn von Jessef Bunem, was er gewann als Eidem von den Varditschewer, hat Hasunah gehad, jemal, die mitten im Winter, den Patschis Isri, Tofkuf Samachez, hat Hasunah gehad mit der Tochter von dem Mittleren. Das ist zwei Hasunah, zwei Schwestern, mit einem von dem Varditschewer, ein halber Jahr, Achill. Wer ist die Hasunah in Shlobin? Der Ikusil, Salman weiß man, er gewann als wawustem im Spruch er heiden von Mittleren. Später sein Sohn hat Hasunah gehad mit der Tochter von Zemachzaydeck, mit der Schwesternkind, und er hat zergerufen Salman auf dem Nomen von seinem Votter ausgeschnitten Ikusil, Salman, und das weiß man, wer das ist. Von der ersten Hasunah, von dem Schlag, bin ich nicht, dass ich bekannt, wer das ist gewesen. Und was wir wissen aber, ist, als er fram verschiedene Brief von Tofkuf Samachgimmel und Tofkuf Samachdalot und Tofkuf Samachhei und Tofkuf Samachwof, was der Allterebe ruft allemal on, dem Barditschever mechutonig. Was von dem Zetmen als Schen in Tofkuf Samachgimmel oder den Ochferier in Tofkuf Samachda im Beis ist gewor und Rashedach. Und es hat genoem von Finafjör bis Dichassene. Hase er Ruma die aller Brief und D Finafjör ist an im Schatt allemal am mechutonig. Dichassene ist es nicht so wie Katshe weil jene zeiten die Eltern zu lege mechutonig der schied mit der Rebbe zu stellen. Und er hat allein gehasmet auf das Neue. Und er hat zugeschrieben, wieviel hat er in jedem Jahr gegeben. Und dort steht, dass die Chasen und sein Ersch sagen, sie haben im Himmel gewesen, zwei Kinder von vier, vier mit der halben Jahre alt. Und er schreibt dort, dass sie zehn Jahre entnehmen. Und zehn Jahre später, wenn man die Chasen macht, dann sagt er, dass sie zehn Jahre später in Taufkopf Lamidhe sind, sie sind in der Chasen. Und sie sind in der Chasen, sie sind in der Chasen, sie sind in der Chasen, und sie sind in der Chasen, und sie sind in der Chasen. Aber hier sind sie noch ein Prat, was wir sind. Und hier wissen wir, dass sie nicht, wer der Eidem ist, der Eidem ist in der Mitte der Rebbe, was die Chasen geht, nicht in der Chasen. Die Chasen ist in der Chasen, was sie schon gedruckt, in Haurusebjurim, wo sie einigel, das heißt Schmarje Schneerson, schreibt die ganze Pansche. Schreibt er, in Ereb, die Beratmurem Zoi, schreibt er, wer sie seien. Später schreibt er die Töchter. Schreibt er, in der Chasen und das ist die Sore, die in der Chasen steht in der Chasen, mit dem Borditschew. Er bledet mit dem Borditschew, der sie mit dem Borditschew der eine Sohn, der sie mit dem, der sie gehalten hat. Er ist in der Chasen, und der eine Töchter in seinem Zeichen der Borditschew. Er bringt er auch Werte, die er hat von ihm gehört. und da ist die Sorge wo steht die Räschime von den Kindern von den Mitteleriden Aziz gestorben, Jünger und später geboren die noch eine Tochter und sie gerufen nach 4 Jahren und schreibt über die Erichoyomi und die Messe schon nachher, nachher, nachher und nachher und die anderen kennen die Erichoyomi und die Tochter und die Frau und die Frau und die Frau hat sie gestorben und sie hat die Frau und sie hat die Tochter und er schreibt über die Erichoyomi und die Frau und die Frau hat sie gestorben und er hat sie gefreut von den Kostilzalmen und den Sohn von den Sochabunim und die Reiden von den Barditsche weil sie zwei Tees hatten was wäre mehr oder habe mir gesagt dass er gewesen dass er hat mich gebräst was in der Sofer in der Sofer und die die Taten bringen von ihnen hat mich gebräst in der Sofer in zwei Krachen und der zweite Krach hat er auch gedruckt in Samachwulf, Taufkopf Samachwulf. Nochdem ist im selben Jahr, was er tat er auch gedruckt, sein Seifer. Und in seinem Seifer bringt er ein Röpfen an, von dem Sohn, ein Tere, was er gehört hat von ihm. Und nach dem Tere schreibt er, bin ich mehr, soll. Auf dem Seifer, von dem Sohn, schreibt er allein die Akdome. Weil er ist nicht alle geworden, zu wissen, dem Druck, dem geben dem Seifer zum Druck, diesen Drucken. Bevor ich aus dem selben Jahr, der tat er, durch das Leben, gedruckt dem Seifer, ist er durch das Leben, bringt er schon ein Röpfen an, von dem Tere, und er schreibt schon auf dem Saal. Aber das ist noch nicht der Röpfen. Der Röpfen ist, als in Tanja, in der Gereis der Tscheuwe, in Gereis der Keddech. Noch den Nichmahweilen, auf dem Mendo Witteskir, in der zweiten Brie von Nichmahweilen, was der Röpfen, was der Röpfen, was der Röpfen, zu dem Berditschever. Und in Kepflos, in dem Brief, schreibt, Fertö wis sisters solltenden, was der Röpfen des Äuères, eine CR 더gefessions von Gohann, Basik, das sch0000g voor der Röpfen, auch im Röpfen des Äures, SWheeher, der Röpfen des Äures, der Röden, die Röpfen des Äures, das Säad� entrös, und nach einer, der Röpfen des Äures, von Röpfen, der Röpfen des Äures, das Leben ander im Röpfen des Äures, Das meinte, dass in jenen Jahren, die Bescheid sei ein Sohn und mehr Sohn, guckt sich auf Jesus in Eliezer, und gedacht, dass der Sohn stark nicht gesund ist, und bis es als Nifter geworden ist. Es kann sein, dass es in den Händen von den Sibbeln ist, dass es in den Tieren ist, wie ich es tut, die Hasene, bis nach dem, was mit Ähnlichen Diabellas von dem Taten ist. Und es kann sein, dass es in den Sibbeln ist, was nicht gemacht hat, das starke, geregte Hasene in Schlobin, weil die Taten ist von der Kalle, die nicht gewesen, die kommen auch durch Säde, die Taten von dem Chosne, die nicht gewesen, die kommen auch durch Säde, und die Säde von dem Chosne, und die Säde von der Kalle. Es kann sein, dass es gewähnt, der Pfarrer, sehr geregte Hasene. Aber wie nicht wie, ist das nun als gleiche Töpfung am Gimel, dass sie holen, die Töcher von der Hasene, und die zwei sehr, sehr genannte Jäden, die haben gearbeitet und gelernt zusammen, sein Nygler und Sachsides, ohne die von den ganz frühen Jahren, bis die ganz späteren Jahren. Aber das ist nicht die Geschichte, was die erste Gehülle von dem ersten Meister, von dem alten Reben, und der erste Gehülle von dem Borditschever. Wir haben hier einen Gehülle von dem Kescher, nicht wie ein Direktor des Keschers, sondern wir haben einen Gehülle von dem Borditschever. Der Borditschever, die letzte Jahre von dem Maggit, und die erste Jahre noch die Gestalt von Maggit, ist Gehülle von dem Rauf in der Stadt Selichow. Wir haben hier einen Gehülle von dem Borditschever. und der Borditschever. In Tövkow-Lamed-He, drei Jahre noch die Gestalt von Maggit, hat man ihn aufgenommen als Rauf in die Stadt Pinsk. Pinsk war in Lithia-Gresi-Stadt, ganz sehr nahmend, ein oder eben die zweite mit Karlin. In Karlin war der Rauf, auf Schleimme Karlin, er war in der Rebbe dort, hier. Aber in Pinsk hat ihn aufgenommen, in der Rebbe zu Kassel-Sein-Rauf. Pfarrer er mich gewesen dort in der Rauf, hier ergreißen wir vor so ein bisschen den Rauf, aber vorallem gehen. Was er mit vorzumachen, ist ein Nomen von Seyfer, Teres-Jekusil. Darüber gibt es noch so ein bisschen, wie ich aber gehen. Später ist er, die Form von dorten hat man aufgenommen, in eine größere Stadt, und später noch eine größere Stadt, hat er gewonnen, der Rauf von Homburg in Deutschland. Und auf sein Platz hat man gebracht, aber Levitsek, er soll sein der Rauf auf sein Platz. Er ist gewesen der Rauf in Pinsk, beim Meshach 10 jau, von Taufkuf-Lamed-Heh bis Taufkuf-Mem-Heh. In Taufkuf-Mem-Heh hat er sehr stark die Redifes von den Meshachden, mit den alle Charomes und Redifes. Und die Brief von Taufkuf-Mem-Dalit, ich fahre nach Sach-Brief, fahre nach Sach-Brief, was mich schreibt von den anderen Städten, die Gdehling von den Meshachden, zu der Städte von Pinsk und Karlin, aber ich soll er wegtreiben von dort die zwei chsidische Rebes, was einen dort in Pinsk und in Karlin. Später in Taufkuf-Mem-Heh hat man beide vertrieben. Der Baditschewer ist gewohnt, auf Wege von dort gewohnt, gewohnt, Raufen Baditschew. Und der Karliner hat gewohnt werden in Russland, in Pinskowicz. Er kann man durchreden mit dem alten Remindem, die er durch die meisten in dem. Aber Mendel Witabsker gewöhnt sehr stark bei TKF am Zoll. Das nicht annehmen, weil in Russland bleiben nur der alte Rebbe. Und hier haben wir diese Wege vor und der Abschleime Karlin in Ludmere. Und gewohnt dort nun der Rebbe. Und gewohnt dort ein etliche Joffe mit dem Hei bis Taufkuf-Mem-Beis, denn die Kozaken haben ihm gehärget. Und dort liegt gerade der Joffe. Wenn die Gehleinion eineinu, wir sehen, ob die Missnaggden Vertrieben, die zwei, ist wir sehen, dass wir ein Maslerge und Vertreiben von dort und der Abschleime Karliner wissen, dass wir eine Spung die Prote. Aber mit der Gehleinung zu dem wir sehen, dass wir ein Vertrieben von Levi-Yitzchow von dort das ist mehr bekannt. Wie ist das bekannt? Weil Bescheid mit dem Vertrieben in dort im geborenen Rauf erweigte, sehr bekannte Erweigte, was Jahre später hat er vermassert dem alten Rebbe. Denn er hat vermassert dem alten Rebbe, hat er sich gewohnt zum Kaiser und geschrieben seine ganze Historie und geschrieben, vor was ist er im Kaiser der Südien und vor was hat er beschlossen, zu vermassern im Alperen. Schreibt dort in einem Brief, schreibt wie a Zeher gewohnt Rauf in Pinsk und wo es hat später gelitten von Zeh, von Dichsidien dort. Schreibt dort in Azeh, so harti li haura bonus de Pinsk belite bekessef Molle le saar ho'ir al aser schonin. Er hat auch gezolt der Meier verschtot ein Kessef Molle, ein Grießes Schum, behalte auch gesehen, wie hat er Schumig gewesen. Als der Saar ho'ir soll zubringen, als Rebbe Leibig soll laufen von dort navegen und er soll werden drauf. Und er hat noch fliege gewesen. Es ist noch nicht genug. Schreibt er weiter. Und er hat auch vor allem gesagt, 4 Meis, zuhub im Adoumi. Goldene Rendlach, 400. Er hat er gemont die Geld von die Kehile in Pinsk. Das heißt, auf nicht-diplomatische Sprache, als er hat später gemont von die Kehile soll er abzahlen zurück, die Geld, was er hat gezolt zu dem Meier, aufkriegen der Abonnes. Weil das tut er getogen für sie. Die Meier darf er nicht abzahlen. Und verstanden ich, dass er hat, dass er leibig oder Meier gemacht er gewinnt, es war weg von dort. Aber verstanden ich, die Kehile, die franzig, wenn die siddische Kehile haben sie nicht gezahlt, was er gemont von sie. Ich sah aufhörigen in Kort und gemont von sie die Geld und sie haben geimpft, dass sie kommen ihm gar nicht. Und er seht sie auch in Korts Jahre nach an wie er erzählt in dem heimschiffenen Brief. Bis noch zehn Jahre gesehen als er kämen sie gar nicht an. Und hat einen mit dem Rätig gewählt, mit dem nicht gehen mit dem Koff und nicht gelassen dort nach sein Platz hat verschmutigt. Er soll nicht kommen in Schule auf einen Covid Platz oder gesend sie in Stöck in Eidze. Nur wie bald ich heit von Eidem in Alter habe ist die einzige Eidze die weg vor in Peterburg und erzählen die alle Sachen wegen Eidem wie er seht Eidem fielen sich nicht auf wie Locher sie beiten dort in Loch es da fassen verschicken in Malten Rebben wird Eidem in Indich Siedem und Eidem schreibt ihm sein Brief Bariches Sehen wir wie er hat matzlier gewes vertreiben von Pinsk und Baditsche werden was in Jemelton gewonnen auf Baditsche und wir sehen wie er das zugebracht zu dem Arrest von Malten Rebben dem zweiten Arrest in Taufkuf Samachal Taufkuf hat der Rebben arrestiert bis Arumjuthis Kislev und später hat er Müs geläst aber dem zweiten Mal hat der Kaiser geschrieben er muss bleiben in Amasa Beis also bleiben in Päderburg nicht weg von von Dörten der Weile der Mischpot von dem Senat Räker sind alle Brotten mit allen Teilen von der Weg der Käng Seyfi und er seht er gezeigt nach Gerdoschen noch Pesach hat mir gegeben den Kherus Seyfi also kem vor und zurück in Losle und der alte Rebben nicht gefahren gleich dahin von was weil er ist gefahren wie er wird vor dahin sitzt noch als Wigdor in Päderburg und greift zweit Mal Sinus in dem Käsar zwei Brief wo er bezahlt alle Dokumente von dem ersten Arrest und dem zweiten Arrest und er weiß was er mit einmal ausgelegt von dem Arrest ist er kommen zurück hin und er schlug in Päderburg er jetzt vor und zurück in Losne und später der Weile weiß er wie der dritte Mal Sinus weiter in Päderburg jeder fort weg von Päderburg will er als der Kaiser soll geben ma zav als mehr kämen nicht machen neue Mal Sinus und neue Mal Sinus gegen M nun beschasse er hat gewusst das ist angenommen geworden ist jeml tot das chibere ich lieben nicht in los ne noch die form von dort in Ladi und dort besetzt Mephid sein Zidus und jeml hat gewes den Jad Chzidim allah aljeno als mehr kämen nicht machen keine Mal Sinus und Kegnen Mal Tereben Kegnen Chzidim jeml hat sich eich hat Ong im Gret in Mem Schole der Chuk das Jehudi auch gedruckt auch zu Gret und auch gedruckt a ganzer Kuntres mit Hunderter Seifim mit die Chuk was wird sein wegen die Jeden weil bis jeml bis jeml bis ein paar jör fahr dem in Russland Leben kemiet Die Jeden haben gekommene Russland erst nach dem wo sie gewesen nach Lukas Peel Russland eingenommen nach halber von Peel und sie geworden Russland Als sie geworden Russland kämen wir durch Schmitamol Vertreiben von Dorthin Alle Jeden was Leben dorthin und gemacht Die Städte Megen Heden bleiben Leben Aber sie nicht gehen von dort in Russland allein Die mussten machen was wird sein mit den Jeden was können sie ja was können sie nicht Die dorthin wie gerät früher waren hunderte Chukim Seif Aber der Seif wegen die Chseid mit dem Is Nadim hat nicht gekannt Aus Teutschen die Chuk S Jehud wo sie sein Punkt wegen Chseid und Miss Nadim Aber von deswegen ist die Iker Teine von den Miss Nadim gewesen als sie haben die Kehiles und Thomas kommt die chseidische Kehile in Iden und machen die min min for sie tornen sie nicht weil sie machen die ganze Kehile als 2 million mit dem Und das ist ein zweites. Noch ein zweites, was wir brauchen, der Jetsz dem Volk ist, in der 50-Jährigen, von der Juden, und von der Später, zwei Dörtern. Also, wenn wir in einem Kurschiff nicht in der Kuhl-Kuhl, und die Kuhl-Kuhl, die wir nicht mehr in den Kuhl-Kuhl haben, mit dem Kuhl-Kuhl mit dem Kuhl-Kuhl, Es war eine große Herausforderung, die sie mit den Rechten hatten. Sie haben gesagt, Sie wissen, Sie müssen die Rechten und die Rechten. Sie wurden von den Rechten nach dem Rechten und von den Rechten nach den Rechten, die Rechten in den Rechten, der Rechten, die Rechten, und die Rechten, die Rechten, die Behandlung, die nicht mehr mit der Rechten, sondern die Rechten, die Rechten, die in der Rechten und der Rechten, dass wir mit dem Leben nach Siddich und da auch Siddich dass wir gehen in den Kabbald, der im Prima-Schech hat keine Bekaufmannes.